Hi, eine Nachwischung von deiner Zwillingslamme. Was sagt er dir denn? Er sagt dir, er möchte eine Brücke zu dir bauen, er möchte sich annähern zu dir. Das hat was mit dir zu tun, mit deiner Anziehungskraft. Es kommt alles in der Heilung hinein und es geht darum, diese Unklarheiten, die Unsicherheiten loszulassen. Und es geht um die Stabilität zu erfahren. Es geht auch um die Stabilität zu erfahren und das ist karmisch hier. Was sagt er dir denn? Was sagt er dir denn? Was sagt er dir denn? Also er sagt dir, also eins nehmen wir, wahre Liebe ist andere Wesen zu akzeptieren und Verständnis zu haben. Also wenn du ihn akzeptierst, so wie der ist und Verständnis hast, dann kommt er auf dich zu. Hab einen wundervollen Tag!